Musik Ladina Tönduri, dir ist es definitiv nicht gelegen, dass ihr heute ausgeschieden seid. Hast du schon eine Klärung nach dem Spiel, an was ihr gescheitert seid in der Gruppenphase? Es ist schwierig zu sagen. Grundsätzlich ist es so, dass wir es nicht geschafft haben, goal zu schiessen. Das ist natürlich gegen Nationen, die gut schiessen können, verheeren. Ich meine, hinterher ist es klar, dass es nicht gegen null zu spielen kann. Oder haben wir da einen Einfluss als Goalie, du hast Big-Safes gemacht, hast du das Gefühl gehabt, mit dir zu drehen? Oder hast du am Anfang ein ungutes Gefühl gehabt? Nein, ich hatte schon das Gefühl, dass man sich drehen kann. Was willst du machen? Du kannst versuchen, Auswürfe zu geben, aber mir kannst du auch nicht gegen vorne helfen. Jetzt ist morgens Spiel um Platz 5. Wie probiert ihr euch hier wieder aufzurapeln oder zu motivieren? Ja, ich weiss es nicht. Ich denke, mal runterkommen und dann noch mal die gleiche Vorbereitung wie heute. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.